guten morgen aus columbus ohio schönes wetter warm ist es oder wird es noch werden es ist ja noch früh 8 uhr 22 hier ja die finanzen sind raus also und so mal ganz grob habe ich mir die angeguckt und ja was kann man sagen im vergleich zu 2019 natürlich ein heftiger einbruch ganz so schlimm wie ich gedacht hatte sieht es nicht aus trotzdem sieht es immer noch übel aus so hat man zum beispiel gesamte verbindlichkeiten von 217 millionen das ist schon das ist schon eine menge die sind natürlich auch angestiegen durch corona darlehen durch bauarbeiten die noch durchgeführt worden sind oder durchgeführt werden mussten gut da hat man jetzt natürlich auch einige schöne neue plätze so dass die dass die knappen spiel schmiede also direkt am platz trainieren kann und so weiter hat also auch was gutes die netto finanzverbindlichkeit heißt also meines erachtens nach sowie netz netto finanzverbindlichkeiten beschrieben werden oder was das bedeutet ist einfach das sind verbindlichkeiten die durch cash im augenblick nicht gedeckt sind also wo man nicht richtig weiß wie man sie bezahlen soll könnte man sagen sind 148 millionen und 100.000 euro naja der unterschied zwischen 2019 und 2020 ist natürlich heftig da hat mit 2019 noch einnahmen bei den zuschauern von 35,6 millionen ist dann gesunken 2020 auf 9,2 millionen catering also die schöne currywurst und der der leberkäse im brötchen und der ganze kram 15,1 millionen 2019 2,7 millionen im jahr 2020 tv-einnahmen dadurch dass man natürlich auch nicht an irgendwelchen größeren sachen teilgenommen haben waren 2019 noch 108 millionen 800.000 sind gesunken auf 80,6 millionen auch saftig und macht also insgesamt jetzt nur bei diesen drei punkten macht einen unterschied von 67 millionen euro um dort aufzufangen hat man natürlich schon die viel diskutierten kleinen sachen angefangen zu tun was heißt kleine sachen für manche sache für manche leute sind das sehr große sachen ja das heißt also bestimmte dienste einzustellen und bestimmte jobs zu streichen leider man wird die auslaufende fananleihe die jetzt in diesem herr ausläufe wird wird man versuchen zu oder wird man anbieten zu refinanzieren das sind ungefähr was heißt ungefähr das sind 15,89 3 millionen die sollen also re oder umfinanziert werden da bekommen dann mitglieder auch die chance neue anteile zu erwerben oder ihre alten anteile umzuwandeln mit umzuwandeln oder umwandeln zu lassen des weiteren zum beispiel wird am bergerfeld das wird genannt bergerfeld 2 wird komplett erstmal ein baustopp eingeleitet um da weitere kosten zu vermeiden das ist das was ich so kurz erstmal entnehmen konnte also ganz so schlimm ist es nicht aber es ist trotzdem schlimm also das ist schon eine riesen summe und ja schauen wir mal was wird kurze anmerkung noch zu der tollen nachricht von bild plus dass also klaas jan hünteler ja doch dazu bewegt werden soll ja als 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 super stürmer in der zweiten liga noch zu agieren also schön wäre es man kann es versuchen vielleicht auf einer bestimmten ja weiß ich nicht wie man das finanzieren soll aber vielleicht kann man da irgendwie einen was weiß ich erfolgsbonus oder solche sachen torbonus mit einbauen denn er ist relativ alt ja und in der zweiten liga gibt es noch ein bisschen heftiger her und da ist es auch da 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 ja da ist es nicht weit her dass auch verletzungen dann ein bisschen schneller auftreten also ich weiß es nicht ich würde mich freuen wenn er es versucht soweit er es kann weil er einfach für den verein unsagbar vieles geleistet hat und einfach auch eine person ist die man da gerne sehen würde okay so jetzt muss ich aufhören das video hier aufzunehmen damit ich den chat wieder anstellen kann sonst kriege ich ärger alles klar dann ja also eine normale chat sendung heute ist eigentlich nicht geplant aber wenn ich alles hinkriege bis dahin werde ich auf jeden fall versuchen um 18 uhr dann auch online zu sein um dann wenn ihr lust habt mit euch zu chatten ne okay dann würde ich sagen hat einen schönen tag bis dann und ich hoffe nicht dass es zu kalt ist und zu viel schnee noch fällt oder was ich habe da die wüstesten sachen gehört wie es in der heimat zugeht so dann sage ich glück auf schönen oster dienstag gibt's den überhaupt weiß ich nicht egal glück auf den rest kannst du in der pfeife rauchen